Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Nugget Patronen anzunehmen bei Venike Bold Bucket im Brachland an dieser Position, also hier ganz im Norden. Vorquest ist Venike Bold Bucket, dann musste man von der Ratchet aus sich hier hinbegeben, nehmen die Quest an, mal schauen ob man was beobachten kann und man soll 15 Nugget Patronen sammeln. Ich begebe mich jetzt ins Quest Gebiet und sobald ich dort bin, werde ich euch zeigen wo das Quest Gebiet ist und wie man an diese Patronen kommt. Bis gleich! Gleich bin ich im Quest Gebiet und nun mal schauen wo es diese Patronen gibt. Hier auch die Map wo ich bin, also ich bin bei das Schlicker Moor. Sollte euch dieses Video helfen würde ich mich freuen wenn ihr einen Daumen hoch gebt und oder meinen Kanal abonniert und Werkzeugkiste. Das ist ein Werkzeugeimer. Das ist eine Kiste. Na gut, ich lute mal diese Werkzeugkiste. Mal schauen, ob es da Nugget Patronen gibt. Jawohl! Eins von 15. Toll! Also diese Kisten sind hier bei diesem Schlicker Moor. Und natürlich gibt es auch haufenweise Mobs, die man töten darf. Gibt es da hinten was? Nein. Ich werde jetzt noch so eine Kiste öffnen und dann werde ich weiter sammeln, ohne dass ich aufzeichne, weil das ist doch recht langweilig. Man muss nur gut Ausschau halten nach diesen Kisten, weil die sind ziemlich unscheinbar finde ich. Mal schauen wo es noch eine gibt. Da vorne vielleicht. Oh, da sind viele Mobs. Ich bin planlos. Was soll ich suchen? Da sind so viele Mobs überall. Da vorne bei diesem Turm. Ich glaube da vorne bei diesem Kran gibt es noch mehr Kisten. Oder zumindest eine mehr. Aber ich halte auch hier Ausschau. Da ist noch keine. Da ist noch eine Werkzeugkiste. Also hopp töten. Und wie ihr gesehen habt, ihr müsst nicht Ausschau halten nach Kisten, sondern nach diesem Werkzeugheim haben. Ja, jetzt seht ihr noch dieser Mob hier. Die Mobs sind voll brutal finde ich. Die hauen einfach ab mit zehn Prozent oder so. Und laufen dazu auch noch schnell. Und Werkzeugkiste looten. Oh, das sind drei drin. Also es können unterschiedlich viele sein. Bis jetzt zwischen eins und drei. Ich werde weiter sammeln und sobald ich alles zusammen habe, melde ich mich beim Quest-Abgabe-NPC wieder und sage euch, ob es auch noch vier geben kann oder fünf in einer Kiste. Und wo der Abgabe-NPC überhaupt steht. Ob es derselbe ist. Mal schauen. Also, bis gleich. Gleich bin ich beim Abgabe-NPC. Ich habe alle Nugget-Patronen bei diesem See dort gefunden. Also um dem See, meist in der Nähe von diesen Kranarmen oder Kran-Türmen. Diese Werkzeugkisten, die aussehen wie einmal, gibt es aber auch auf der auf dem Bau in der Mitte. Also da könnt ihr auch noch vorbeischauen, falls ihr außenrum nicht genug findet. So, Rest ist abzugeben bei Venike Boltbucket in Brachland. An dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Ich habe alles oberen bei Venike und beobachten. Ich habe das nicht geheimen. Was Livest du bei uns? Und dann, wenn du die Bist-Abgabe-NPC in Brachland hat, wenn du sie mit den Kabo-Ausaku hast, muss du sie mit ein bisschen abgericht. Ich habe das nicht geheimen. Und dann, wenn du sie mit ihm verdienen. Ich habe das nicht geheimen. Ich habe es um die Behebete. Ich habe das nicht geheimen. Ich habe das nicht geheimen.